Ich bin hier auf irgendeinem Land, wo ich eigentlich gar nicht sein darf, gehe ich mal von aus. Wow! Wow! Oh, scheiße! Oh, verdammte Scheiße, schon wieder. Richtig in die Fresse. Ja, hier geht es doch noch weiter. Wenn ich mich nicht irre. Oh mein Gott, ist das ein Scheißweg. Oh, 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 oh. Nice. Das war es dann auch, oder? So, wo ich hier jetzt bin, das frage ich mich aber auch. Im Jenseits bin ich. Ich bin hier auf irgendeinem Land, wo ich eigentlich gar nicht sein darf, gehe ich mal von aus. Dann drehe ich mal um. Oh. Jetzt knall ich den hier durch den Weg. Wow! Wow! Alter! Verdammte Scheiße! Alter! Jetzt bin ich nicht auf 180, sondern auf 395. Ich habe fast einen Reh in den Arsch gefahren. Nee, jetzt muss ich hier aber ein bisschen langsamer fahren. Junge, 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 Junge. Jetzt ist was los in den deutschen Wäldern. Das sind keine Bären. Hier sind Reh. Das ist gar nicht lange. Jawohl. Ich baue die neuen Wege. Hier ist der Weg. Das ist immer wieder die gleiche Stelle. Keine Chance. Aber null. Reinste Katastrophe. Oh, scheiße. Boah. Das habe ich gar nicht gesehen, ey. Boah, das habe ich mich gar nicht getraut früher. Fast einen Kopfüberschlag gemacht. Oh, ich sollte damit aufhören. Ich sollte damit aufhören.